aufnahme starten offen wir spielen offens die weisen oder so nam ja heißt das spiel das neue spiel von reality game von dem macher von design sie healing und 7 beide teile und 4 auf 8 und die also wir haben schon viel rausgebracht tatsächlich und jetzt spielen wir offens das die weisen ich habe da noch nicht viel darüber gehört und ich wollte es nicht jetzt testen können wollte aber die die what the fuck momente nicht nehmen ihr seht ihr spiel es mal am pc und ja mal gucken wir machen das mit aufnahme am pc mit facecam seht ihr mich wie ich normalerweise stream würde also leute wenn ihr uns gerne mal streamen soll denn kommt her dann sieht das bild hier so offens episode 1 herzlich willkommen bei offens du kannst sofort mit dem spiel beginnen wir arbeiten derweil auf hochtouren um dir den nächsten spannenden part für es möglich zur verfügung zu stellen denn dieses spiel wird in episoden veröffentlicht ja genau und dann starten wir direkt mal los das ist schon ziemlich heftig und krass du hast du hast eine neue nachricht das ist kein stream das ist eine aufnahme ja also du hast eine neue nachricht also das geheule war ich muss mal brille putzen das geheule das baby geheule gerade alter es hat mich gerade sehr sehr stark an ein albtraumhaftes spielbare oder ein albtraumhafte spielbare demo ändert am pt alter schwede habe ich mich da eingeschissen puh und das muss ich jetzt nicht haben dankeschön liebe entwickler dankeschön kann ich nicht gebrauchen ich bin raus ich spiele jetzt nur noch seeling und das und so nein ich bin natürlich neugierig alter schwede so lange keine clowns drin vorkommen jetzt vielleicht heulen die babys alter du hast eine neue nachricht eine nachricht von mika schreib eine nachricht selber wo kenne ich dich was soll der quatsch mika mika hat einen hund ich habe zwei warte mal mir fällt gerade was auf auf dem blick vor favor fällt mir was ein weiter geht's weiter geht's ne ich musste ganz kurz nämlich noch was machen so huch darauf war ich jetzt nicht vorbereitet dann ist dieses dann ist diese handynummer also wirklich echt ja sieht ganz so aus ich verstehe nur bahnhof dieser anruf eben was tut das jetzt könnt ihr mich sogar beim stottern zuschauen wie ich dann so anruf mika hätten wir rausgeschrieben können ne ich hab niemanden angerufen ich verstehe nicht das ist seltsam du hast mich direkt danach angeschrieben ganz sicher kurz bevor du mich angeschrieben hast sinnlose diskussion ich hab dich wirklich nicht angerufen und es ist auch eigentlich nicht meine art einfach so wild fremde leute anzuschreiben aber siehst du ja selbst ne merkst du selbst ne das kann jeder sagen aber wo hast du überhaupt meinen kontakt das ist eine komische geschichte die fing so an das klingt jetzt sicherlich erstmal verrückt ja versuch es doch mal deine nummer stand auf der rückseite eines alten fotos was auf einem alten foto auf einem alten foto ich stell mir so richtig zuvor 1800 schieß mich tot wo die ersten kameras erfunden worden sind mit dieser pulverplatte noch weißt du der bamm weißt du wo du denkst du wärst dir gleich vom repetiergewehr erschossen äh äh und dann so ne nummer ja dann meine nummer alles klar von 1820 in valentine ja was für ein foto schick mal ein bild digga oh ja das ist mir jetzt irgendwie total peinlich na du wirst wahrscheinlich denken ich sei völlig durchgeknallt ja da bin ich schon ganz nah dran also ich denke schon gerade ja durchaus möglich unsinn erzählt schon kommt ganz drauf an durchaus möglich wenn mich so jemand anschreiben würde also ich äh komm drucks nicht rum digga wir sind jetzt hier gerade auf geisterjagd oh und tschüss okay überzeugt du bist durchgeknallt geisterjagd wer sind wir äh ok verschlechtert ja was erwartest du mika im profil eines chatpartners siehst du den aktuellen beziehungsstatus von 0 bis 100 diesen kannst du über deine entscheidung maßgeblich beeinflussen oh guck mal jetzt haben wir hier auch bilder von dem süßen was bist du für ein feiner ja was bist du für ein feiner süß balu heißt er oh ist aber ein b-bolz ne ganz kleiner süßer kleiner b-bolz ich hab ein herzhunde ne ich liebe ich liebe ich liebe hunde ja ja also nein ich und ein paar freunde machen halt gruselige videos für channel für unseren channel du weißt schon so ein lost place ding eben wir fahren zu verlassen in gruseligen orten stellen kameras auf filmen creepy zeug eben sowas hast du bestimmt schon einmal online gesehen hier schau mal ja ich äh ok drei tage war waren wir auf dem verlassenen fabrikgelände und wir ahnten nicht was uns dort erwarten würde ja ziemlich laut ne ja ja cool geil gemacht find ich mega ne also überlege ich mal erst mal so dieses dieses fiktive halt ne das finde ich so ne links ne so ein kanal gemacht youtube was auch immer hier tiktok oder so und äh dann erst mal sowieso geil also wenn die es wenn die es gemacht haben hier ihr reality games wenn die das video selber erstellt haben geil aber ich traue euch so viel zu ihr habt so geilen shit schon gemacht wow ihr habt es echt drauf gar nicht mal so schlecht ziemlich reißerisch aufgemacht findest du nicht wow ihr habt es echt drauf ja hat mich mitgenommen hat mich total hier ne so nackenhaare und so ja danke die leute stehen auf solche dinge läuft richtig gut ja das kann ich mir denken würde ich auch machen tatsächlich ich hab mal vor mit meinen Kindern weißt du 13 und 12 meine tochter hat ja immer so eine app so eine geist finding ghost finding oder scope oder hier scout keine ahnung und die glaubt an so einen scheiß ich denke die hat hier 50 geister hier bei uns in der wohnung die leute stehen und was hat das alles mit mir zu tun aber ihr glaubt nicht wirklich an geister oder naja nicht wirklich aber schon cool wenn man etwas creepy dingens machen kann wenn man so sich spuken kann aber uns passieren manchmal schon echt gruselige sachen aber jetzt nochmal zu deiner nummer wo fang ich an hier nicht achso wir sind bei bei recherchen über diesen ort gestolpert ein altes waisenhaus schon ewig verlassen mit einer mega gruseligen hintergrundgeschichte ein echter geheimtipp ist mika jetzt eigentlich mädchen oder junge das weiß ich nicht kann beides sein also haben wir uns auf den weg gemacht vielleicht kann uns mal jemand das beantworten tja und was soll ich sagen sie selbst ja boah ist das gruselig alter und dann wow echt unheimlich mal moment mal aber was hat das mit dem foto mit meiner nummer auf sich ja darum geht es gerade dieses foto es lag hier auf dem boden what oh weia mit eben genau deiner nummer auf der rückseite hab mir erst gar nichts dabei gedacht einfach aus scherz dieses buch geschickt ja tja und den rest kennst du ja mich zu denken ihr seid ihr durchgeknallert die anderen wissen noch gar nichts davon die wuseln hier gerade überall durch die gegend und packen unsere kram aus echt riesig das gelände irgendjemand spammt mich hier gerade so übertrieben voll hey warte mal ich füge dich unserer gruppe hinzu oh nett ich hatte gerade eine richtig coole idee lauf bitte nicht weg ja wohin denn ich glaube ich hänge hier fest ja eine coole idee ja geht klar nee geht klar ja haunted haunted sollte das spiel nicht mal haunted heißen oder man ey was sagte mal dave aber ja wow gruselig okay hier ist hier schon mal den kennen wir ja warte mal was ist hier gerade passiert ach so ich soll von automatisch lass mal checken okay hier haben wir mika wow warte mal ganz schön geil das ist schon hör mal auf zu labern alter Leon heißt er hier ich frage was er nicht Cedric heißt cool Mika kennen wir Jarak Jarek ja er lebt mich so ein bisschen an Steve von Stranger Things bloß mit Bart ne Sandy oh warte mal Jarek 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Das war doch die, die Nora gespielt hat, weiß es sein, oder? War das nicht so? Sehr cool. Ina. Die Ina ist da. Und das ist Samu mit Ina. Offensichtlich ein Pärchen. Ist doch Ina jetzt, ne? Ja. Folge mir auf Instagram. Ja, ja, da sind die ganzen Links dann wieder. Das kennt man ja schon. Könnt ihr gerne alle machen. Ich unterstütze was, was finde ich super cool. So, und hier haben wir Tami. Yummy, 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 God love and my Tami. Okay. Mhm, 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 okay. Aber hier bin ich verkehrt. Ach hier. Z-Trick. Die Bilder kenne ich irgendwo, ja? Er guckt immer so ernst, ne? Lach mal, Junge. Hier, knutschi, knutschi und so. Und Lost Place. Und das ist das Gesuchtfoto. Er ist verschwunden. So. Hier nochmal ein paar Bilder. Oh. Ist das hier so ein, so ein, äh, 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 hier, war das gerade so ein, so ein Easter Egg gerade hier mit, mit, so healing? War da nicht auch was mit zu genähten? Peace. Boah, die setzen sich ja mal auch top aus, wa? Naja, gut, da nicht, ne? Geil. So. Also, los geht's. Ich teste nochmal kurz die neue Drohne. Jarek, stell die Kamera auf und komm bitte zurück zum Speisesaal. Huch, wer ist das denn, Mika? Ähm, was soll denn der Scheiß? Wer ist das und was hat denn unsere Gruppe verloren? Ja, die Begrüßung hatte ich mir irgendwie anders vorgestellt. Sorry, aber die Idee kam nicht von mir. Genau, wir sind, wir sind, wir sind, wir sind, wir sind, wir sind, wir sind erst mal aus dem Schussfeld hier. Das ist, glaube ich, das Beste. Boah, Leon. Geht schon gut los, ne? Hören wir gleich das Rumgezicke denn, ne? Freundlich wie immer. Es gibt einen guten Grund, warum ich ihn dazu hinzugefügt habe. Oh, sorry, Leute, oder sie? Wat? Ich bin, äh, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin... Das müsste es doch geben, so, so Gen... Es wäre sehr egal, Gender-Media-Trends, das wäre egal, die... Es spielt doch keine Rolle. Ein Mann, äh, an meinem Team kann nie schaden. Wat? Ein Team gleich? Uh, absolut. Oh, im Team. Hm, amor, amor. Muy, muy, bueno, buen. Foti ist wirklich kein Kel sicher. Ja, geht klar. Sandy. Tihi. Ähm, Leute, seit wann ist unsere Gruppe eigentlich öffentlich? Jetzt wartet doch mal ab, Leon. Genau, lass uns erst mal hören, was Mieke und... Ähm, hat dein Mysteriöser Unbekannter auch einen Namen? Ups. Dann habe ich noch gar nicht gefragt, komm. Mein Name ist... Dadadadadam... Tantel! Dadadadadam... Bum, 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 bum. Hi, Tomzy. Ist das eine Weihnachtsmütze? Ich muss es nochmal eben checken. Nee, im ersten Moment so, ne, ja. Servus. Jarek, wie... Ja, Jarek. Ja, ich habe da so einen Namen noch nie gehört. Ich möchte mal Jarek sagen, Jarek. Jarek, zu welchem du schlecht fühlst, du bist denn hingezogen? Ja, ähm, ja. Hi. Hallo zusammen. Nett, euch kennenzulernen. Hallo, Leute. Hi, Leon. Oh, wow. Geht gut los. Leon verschlechtert. Komm, er war damals mein Zeitkick bei The Sign, ne? Das sollten wir ihn da nicht so sehr verärgern. Er hat schon eher mein Zeitkick. Mika, ich frage nochmal. Was macht der in der Gruppe? Genau, jetzt mach's bitte nicht so spannend. Was hat es mit unserem Neuzugang auf sich? Schaut euch mal an, was ich gerade in einem der Schlafseele gefunden habe. Da-dum-dum-dum. Lag hier auf dem Boden zwischen den ganzen Gerümpel. Das ist bestimmt ein Foto von Kindern, die hier damals untergebracht waren. Hey, wie cool ist das denn? Ja, und so wirklich glücklich sehen die nicht aus. Nee, Waisenhaus und so, ne? Bestimmt Experimente und so hat alles. Und katholische Pri- Wow, Digga. Katholische Priester. Oh, wow. Das sind alles Klone. Guckt euch mal an. Alle gucken die gleich, Alter. Er hier ist sowieso der Geilste, Alter. Ich glaub, der ist richtig aggressiv. Von dem musste ich echt nachnehmen. Und er hier. Er sieht so aus, als würde er ihn essen. Und danach ihr die Nase abbeißen. Und mit ihr hat er die alle gezeugt. Oh Mann, die schauen wirklich nicht glücklich. Nee. Aber darum geht es jetzt nicht. Hinten, auf dem Foto. Da stand etwas. Sieht ganz so aus, als hätte es eines der Kinder darauf geschrieben. Watt, die sind 300 Jahre alt, die Kinder. Rettet uns. Kann man die eigentlich hören, die Inka, wie die am Schnacken ist oder so? Weiß ich gar nicht. Und was hat das alles mit Tomji zu tun? Ja. Dazu wollte ich gerade kommen. Unter dem Rettet uns stand nämlich noch eine Nummer. Und zwar die von Tomji. Ich hab ihn einfach mal doof angeschrieben. Ja, sehr doof tatsächlich, ja. Und er hat tatsächlich geantwortet. Da ist er. Oh mein Gott. OMG. OMG. Ist ja der Wahnsinn. Tomji, hin oder her. Auch wenn ich den auf YouTube schon mal, glaube ich, gesehen habe. So ein Let's Player. War zwar echt gut, aber trotzdem ist das kein Grund, ihn in die Gruppe einzuladen. So ein Let's Player. Tomji auf YouTube. Ich weiß gar nicht, wen er meint. Wow, Alter. Das macht er einfach so. Wow. Wahrscheinlich hat er die Nummer selbst drauf geschrieben. Tomji, warst du schon mal hier? Nee, ich bin ja Let's Player, nicht Lost Placer. Wie krank. Nochmal abhören. Finde ich krank. Tomji, hin oder her. Ja, auch wenn ich den auf YouTube schon mal, glaube ich, gesehen habe. So ein Let's Player. War zwar echt gut, aber trotzdem ist das kein Grund, ihn in die Gruppe einzuladen. Gut gemacht. Geiler Typ. So, das finde ich gut. Schön. So. Nein, ich, ich, äh, ich habe keine Ahnung, was das hier soll. Äh, ich war noch nie im Leben, auch nur in der Nähe von diesem Baisenhaus. Ja, lass mal kurz überlegen. Naja, ich habe keine Ahnung. Okay, komm. Wieso kann ich die nicht auswählen? Ich kann grad gar nicht. Das ist grad abgeschissen hier, ne? Wow. Warte mal ganz kurz. Einmal kurz pausieren, glaube ich. Nee, geht weiter. Jetzt geht's weiter. Okay. Hat ein bisschen gekackt. Wer weiß. Vielleicht ist Tomji ja der Geist eines armen Waisenkindes von damals. Ja, mit Sicherheit. Das bin ich. Das, ich, ja, mhm. Yeah, wir haben unseren ersten echten Geist. Ja, genau. Das hättet ihr wohl gern. Buh. Ich lach mich schlapp. Lass es, Leon. Und zack. Wieder unbeliebt gemacht. Ja. Ey, wir nehmen's nur so ein bisschen die Rolle von, von, von Julius, ne? Mhm. Genau. Ich will ja, ich will ja euch eure Illusionen nicht rauben, aber ich glaube kaum, dass jemand von damals die Hände mir von Tomji auf das Foto geschrieben hat. Eben. Aber irgendwas muss es doch das Ganze mit Tomji zu tun haben. Ja, was weiß ich. Und du hast keine Ahnung, was deine Nummer auf diesem Foto zu suchen hat, Tomji? Äh, nicht wirklich. Das wüsste ich selber gerne. Muss wohl jemand gewesen sein, der meine Nummer kennt. Bestimmt nur ein blöder Zufall. Ja, wer glaubt an Zufälle? Ja, keine Ahnung. Irgendwie muss das ja wohl so sein. Ja, davon ist auszugehen. Mit Sicherheit. Ich find's auf jeden Fall mega creepy. Ja, das find ich auch. Auf jeden Fall. Da kretzelt irgendein Depp. Eine Handynummer auf ein Foto und ihr findet das creepy? Ja, weil's meine ist. Okay, so richtig gruselig ist das tatsächlich noch nicht. Aber noch nicht. Denn als ich Tomji eben angeschrieben hatte, kam mir eine geniale Idee. Oh je, was kommt denn jetzt? Erzähl! Leute, ich muss kurz unterbrechen. Hier unten auf der Terrasse. Ich steh hier nix ahnend und rauch ne Kippe. Das sollst du zumindest mal sein, Lars. Da kommt plötzlich etwas um die Ecke. Aber das Rauchen hat mich schön dick gemacht und rund. Genau. Es ist... Es ist am ganzen Körper behaart. Hat scharfe Krallen. Und schwarze Augen. Boah, Jerry kommt zum Punkt, Mann. Es ist... Es ist so. Wir warten. Jetzt spann uns nicht auf die Folter, Mann. So furchtbar niedlich. Seine Muschi Hase. Oh ja, wie süß. Hat er nicht gesagt schwarzes Fell oder was? Nee, er hat nur Fell gesagt, ne? Ach, wie süß. Oh Mann, ich dachte schon. Komm, wir machen den hier. Du bist ein Witz, Boy. Zack, dann... Prost. Puh, Jared. Hast du mir gerade einen Schrecken eingejagt? Du hast gedacht, dir der Watt da ist? Ja. Eben. Hier unten wäre ein Monster. Ja, witzig. Also das finde ich können die gut, ne? Dieses mit den... Mit den Emojis und mit den ganzen Gifs und so was. Alles. Das finde ich ziemlich geil. Okay, super, Jared. Du hast also einen Hasen gesehen. Großes Tennis. Tennis. Mika, jetzt komm endlich mal zur Sache. Das finde ich geil mit sowas hier, ne? Mit diesen Emojis-Dingens da. Finde ich voll... Oder Gifs. Was auch immer. Das finde ich immer geil. Das machen die zum Beispiel bei Dascode gar nicht so. Das ist dann so ein bisschen langweilig. So schroff abgepappt. Und nach zehn Stunden... Kommt dann irgendwann mal ein Video oder ein Foto. Und hier wirst du echt bedient. Na, seit der Zeit haut das richtig rein irgendwie, ne? Mit den ganzen coolen Sachen. Da hauen die richtig Special Effects. Ich glaube, die werden auch bald von EA Games irgendwie unterstunden. Oder von Ubisoft oder... Oh, geil. So. Komm schon. War doch lustig. Stimmt, Mika. Du wolltest doch von deiner... Ja, genau. Erzähl. Das interessieren dich am allermeisten jetzt hier. Genau. Tom G. Ja. Wir haben Hinweise, dass in diesem Waisenhaus damals ziemlich kranke Dinge passiert sein sollen. Und was habe ich damit zu tun? Bisher haben wir noch nicht viel. Aber deine Nummer... Ich war ja damals einer der hiesigen Ärzte. Also von daher... War Dr. Crazy. Aber wenn an den Gerüchten was dran ist und wir herausfinden, was sich hier damals abgespielt hat... Und wenn wir dann noch die Sache mit deiner Nummer ein wenig ausschmücken... Ausschmücken. Ich ahne schon, worauf das alles hinausläuft. Ja, ich auch. Stell dir einfach mal vor, Tom G. Deine Nummer. Und das ist ja nicht mal gelogen, stand auf diesem Foto. Aber jetzt. Sagen wir mal, machen wir es etwas entspannender. Und erzählen, dass deine Nummer, wie von Geisterhand auf diesem Foto erschienen ist. Nein! Und dass du, nachdem wir dich kontaktiert... Erkennst, dass eins der Kinder auf dem Bild dein Großvater ist. Im Grunde eine geile Idee. Und wieso sollte ich das tun? Naja, vielleicht kannst du ja auch davon profitieren, Tom. Was? Ja, da läuft mein YouTube-Kanal besser, wa? Anstatt 2500 Abonnenten, habe ich ja 25.000. Ey, macht mal, abonniert mal. So, könntest du selbst an deine Vielzeit-Follower kommen... ...und dir vielleicht sogar was Eigenes auf Social Media aufbauen? Wir filmen dann zum Beispiel ein Interview mit dir. Och, das ist nett. Das ist nett. Das machen wir. Darin könntest du erzählen, dass du schon lange das Gefühl hattest... ...dass dein verstorbener Großvater als drastlose Seele umherirrt... ...weil ihm zu Lebzeiten fürchterliches Unrecht widerfahren ist. Ich sag dir, unser Channel wird platzen vor Followern. Ja, äh... Ja, je mehr ich darüber nachdenke... ...desto cooler finde ich die Nummer... ...ja, hab ich da noch was mit so... Meine Meinung dazu kennt ihr. Mana, mana. Leon, jetzt sei doch kein Spielverderber. Genau, Leon. Es machen Schnickers. Immer wenn du hungrig bist, wärst du zu Diva. Also, wie schaut's aus, Tom? Wie bist du dabei? Boah. Muss ich jetzt antworten oder kann ich noch 10 Jahre drüber nachdenken? Komm schon. Das wird so geil. Na gut, ich weiß nicht so recht, ne? Komm schon, Tom G. Das wird der Kracher. Hast du auch was gut bei mir? Ja, was will ich denn von dir? Dein Hund? Na schön, überredet. Ich überleg's mir. Lieb gemeint, aber ich halte das für keine gute Idee. Ah, ich überleg's mir. Ich drucke's so ein bisschen rum. Sollen wir ein bisschen was bieten hier? Ja, ja. Ne, mach mal ein bisschen was. Ja. Ja, super. Wart's ab, Tom G. Was? Wir machen dich berühmt. Oh. Hm. Hm. Wenn dat nicht funktioniert, ne? Hm. Jetzt müssen wir noch geiles Material filmen. Was wär denn geiles Material? Da mach ich mir bei dem Gemäuer gar keine Gedanken. Das ist sowas von unheimlich. Bam, 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 bam. Ähm. Digga. Haben die das ja gerade irgendwie reingespielt? Also so muss die Drohne wahrscheinlich. Aber so laut die Drohne. Ich will das nicht. Die Drohne macht echt coole Aufnahmen. Ja. Ja. Was? Wollt ihr mich verarschen? Ihr nehmt mich doch gerade voll hops, ne? Da war doch eben gerade ein Mädchen zu sehen. Hä? Wie geht denn das? Alter, ey. Wie geht denn das? Warte mal. Hä? Alter, ich schwirr. Ich guck mir die Aufnahme nachher nochmal bei YouTube an. Da war doch ein Mädchen zu sehen. Hä? Äh. Alter. Oh mein Gott. Habt ihr das gesehen? Sag mal. Wie können die denn dasselbe Material schicken und in dem Moment bearbeiten? Hey, Alter. Ihr seid so Genies. Was meinst du? Ja, finde ich geil, Alter. Das ist cool. Das ist scheiße cool, Leute. Ehrlich. Das ist super cool. Ehrlich. Meine Güte. Es ist weg. Es ist einfach weg. Darauf muss ich erst mal klarkommen, Alter. Wie das einfach so geht. Das ist geil. Das ist super geil. Das ist super geil. Und Sam, das wurde ja kein neues Video geschickt oder so, sondern das ist einfach geil. Einfach, ne? Ich hätte schwören können, da war ein Mädchen. Tom, sie sieht schon Gespenster. Wie in den Gerüchten. Wie in den Gerüchten. Nein. Da war wirklich eins. Ihr habt es gesehen da drauf. Davon weiß er noch nichts. Oh, was? Erzähl wieder später, Tomji. Alles klar. Jo, wir haben noch einiges zu tun. Hm, schade. Wer A sagt, muss auch Buh sagen. What? Sind wir jetzt so witzig? Sorry, Tomji, aber Jeric hat einfach recht. Ja, ist ja schon gut. Ich zitier's ja schon. Ach, Menno. Ihr Spielverderber. Wer Tomji doch aufgeklärt werden möchte. Wisst ihr was? Ich übernehme das. Tomji, schreib dir eine PN. Ja. Die anderen können ja in der Zwischenzeit weiter ausladen und das Equipment aufstellen. War ja mal wieder klar. Du findest immer einen Grund, dich von Arbeit zu drücken. Ja, genau. Du wusst wie? Achso, du wusst wie? Puh. Okay. Zwei neue Einträge verfügbar. Das mit den Mädchen, Alter, ne? Okay, Leute. An die Arbeit. So, nun warte doch mal. Ich will die Notizen sehen. Kusch, kusch, wick da. So, Apps. Die Notizen. Über Notizen hast du die Möglichkeit, jederzeit die wichtigen Informationen des bisherigen Spielverlaufs nochmal nachzulesen. Mika. Ich wurde heute von jemandem fremden angeschrieben. Mika ist Teil einer Gruppe von YouTubern, die ein Lost Places Channel betreiben und sich gerade mit einem alten, verlassenen Waisenhaus befinden. Komischerweise hat Mika meine Nummer auf der Rückseite eines alten Fotos entdeckt, welches sie oder er dort gefunden hat. Ich habe keine Ahnung, wie die Nummer auf dieses Bild gekommen ist. Die Gruppe. Mika hat mich in ihre, seine Gruppe eingeladen. Scheint ein netter Typ zu sein. Sandy, Tammy, Jarek haben mich direkt willkommen gehießen. No, dieser Leon, der war ziemlich unfreundlich. Die sind ziemlich gut ausgerüstet, haben sogar eine Drohne dabei. Ich war mir nicht sicher, ich war mir sicher, dass ich auf dem Drohnen-Video ein kleines Mädchen an einem Fenster gesehen habe. Aber bis ich herausgestellt habe, habe ich mich wohl geirrt. Das war so cool. Wirklich, das war wirklich super cool. Warte mal, Profilbeschreibung. Okay, kann ich machen. Warte mal, Status für den Lieblingsfilm. Das ist ja nun mal eben halt ganz klar. Und mach nochmal. Ich hab mich vertippt. So, Lieblingsband. Ah, machen wir mal. Dann wisst ihr ein bisschen was über mich. Huch. Ähm. Ja. Oh, groß ist. Einfach mal so, ne? Ich wüsste jetzt nicht, weil ich noch Statusmeldung. Ähm. Ähm. Ja. Genau. Tommy Gun. Wada wada wama. Kann ich die Fot... Oh! Sorry, aber das ist geil, Alter. Nein, die nehmen wir nicht. Die mögen wir nicht. Den mögen wir auch nicht. Hans ist ziemlich cool. Warum gibt es hier keinen von Jonathan? Jonathan war ja nun wirklich ein krasser Vogel, oder? Ne, den finde ich, das mag ich nicht. Den, der passt mir. Aber den... Oh, ne, ich hasse das. Jawohl. Könntest du... Ist das Dings hier? Da führst du das Kreuz drauf, denn wer ist Dings gewesen? Anna, Anna, Anna-Lena, ne? Da führst du das Kreuz an der Stelle, denn wer ist Anna-Lena gewesen? Sehr gut, Keule. Kumpels, Leute da draußen. Das war's mit der ersten Folge. Orphans. So, das ist super cool. Also, das ist super cool. Wirklich super cool. Das ist das mit Video, ne? Erstes Video. Bopp, Mädchen da. Dann guckst du es nochmal mal. Schwupp, Mädchen weg. Wie geht das denn? Das Video wurde ja nicht nochmal geschickt. Es war ein und dasselbe Video. Und Bopp, es war's weg. Ich bin also wirklich... Da wackelt mir sogar die Kamera einab, du. Also, Leute. Vielen Dank fürs Reinschalten. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich versuche, das die Tage... Also, quasi morgen... ...ne neue Folge rauszubringen. Also, bis dahin. Tschüssli, Müsli.